hallo liebe filmfreunde hier ist euer voice 82 mit einem neuen unboxing video ja aber diesem ist ein mystery unboxing video denn ich bekam ein paket von meinem lieben abonnenten den marcel oder auch king bottled back und da ist ein schönes film hier hoffe ich mal drin keine ahnung bin schon sehr gespannt er hat mich schon geschrieben ja aber bitte vorsichtig öffnen denn ich habe das recht gut verpackt man sieht auch ist ein etwas unförmiges paket und da ist auch was drin was mit dem video erinnerung an das jahr 2016 zu tun hat denn hier ist nämlich die auflösung von diesem gewinnspiel drin er hat es mir auch als kommentar geschrieben aber hier wirklich unglaublich aber war mit zeitangabe wann diese ganzen buchstaben aufploppen mein lieber freund du bist völlig verrückt herzlichsten dank für dein engagement wirklich hammer für deine zeit wo du investiert hast echt einfach unglaublich und ihr seht mal wieder ich habe einfach die besten abonnenten auf der ganzen welt die sich wirklich diese lang wie das angucken und gut hardcore fans habe ich hier natürlich die das auch angucken denn manche haben ja aber wie gesagt man kann sie auch auf etappen angucken und es wird auch von niemanden vielleicht das komplett anzuschauen ist eben seine eigene initiative aber jeder liebe dominik hat es wirklich durchgezogen und noch zehn weitere aber der auflösung kommt ja demnächst ja wir machen jetzt erstmal das paket auf ich hoffe ich muss ganz vorsichtig öffnen ich werde es jetzt versuchen mit wenig gewalt das ist ein ganz komisches paket auch ist schon außer ein paket vom megastore palast ja es ist auch eins vom megastore palast okay oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein was tust du denn da oh mein gott also erstmal habe ich hier eine lösung gewinnspiel und dieses briefchen werde ich bei dem verlosungsvideo öffnen für das gewinnspiel definitiv und jetzt hier für stefan erger ak voys 80 und wir machen jetzt das briefchen auf auf jeden fall schon mal herzlichen dank echtzeit oh mein okay also gut hier ein schöner brief handschriftlich geschrieben ich hoffe ich kann es lesen hi stefan nach knapp einem jahr auch mal wieder von mir ein kleines paket ich hoffe du freust dich über den inhalt dieses pakets ja ich freue mich natürlich wie die sau wie von mir gewohnt ist das die book ein geschnittener film es ist auch kein steve book sondern ein future pack ich bin mir ziemlich sicher dass du den inhalt noch nicht hast bin gespannt über den die filme 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 lassen sich sicherlich streiten aber sie sie sind gut aber sie aber sie gut sind oder ob man sie sich ansehen sollte also wird es zeit die firmen sich in österreich zu kaufen das andere ist gerade aus einer zeitschrift welche ich gut finde jung 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 ich sagte jetzt ich wollte dir einfach mal danke sagen dass es dich gibt du bist eine coole socken dankeschön dankeschön mich würde es mal freuen dich kennen zu lernen no homo quatsch mich würde es mal und ich mal zu besuchen vielleicht klappt es ja mal in naher zukunft es ist gerade drei uhr 40 in der nacht und zeit für ins bett zu gehen deswegen mag es mal gut beste grüße aus der rheinland-pfalz dom king bosberg also ganz geile brief vielen herzlichen dank echt cool und das können wir auf jeden fall gerne in die wege leiten dass wenn wir besuchen müssen mal gucken am besten lassen wir am besten telefonieren denn so mit schreien ist es immer ein wenig zu stressig und natürlich ich weiß ja ich tue lieber gerne telefonieren als immer zu schreiben aber wie bei coole brief echt sau cool und ja lösung gewinnspiel liebe leute das gibt es bald zu sehen wie das mache ich jetzt nicht auf nein 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 und er hat mir auch gesagt ich brauche auch ein paar kondome für das future pack und das andere lege ich erst mal ein bisschen auf seite das werden wir gleich sehen ich könnte ich batschen echt okay wir haben jetzt hier ein future pack okay okay und zwar auch geil ja ist die geschnitten was aber keine sorge ich habe die ganzen firme schon zu hause natürlich und zwar hier ein split on your grave collection ja die firme finde ich natürlich cool also mir gefahren ist sehr gut ich bin ein bisschen kranker menschen wisst ihr ich mag auch human centipide und serbien film ja gibt mir daumen runter ich stehe dazu hier ist aber noch mit voll cool mit ähm kassenzettel und hier das cool ist die brock zu eis bit on your grave zumindest future pack entschuldigung hier natürlich natürlich die geschnitte fassung aber das ist jetzt nicht so dramatisch denn ich habe diese komplette collection schon als media book und natürlich als die brock finde ich auch ganz cool finde auch das kamer motiv sehr cool und ich habe 18 jahren freigegeben die neu auflage des verboden kultfilms die schocker technologie im limitierten future pack dann sehen wir nur noch ein was ist es jetzt auch die der neue firme dabei ne sind bloß ich glaube der dritte ist sehr fitter glaube ich der dritte teil naja nicht so schlimm in den dritten habe ich noch nicht gesehen aber die ersten beiden neuen teile die remakes fand ich eigentlich ganz cool auch in allen finde ich natürlich schon sehr cool ähm ja grausam rachsüchtig und brutal spürbares hostel feeling ja wir haben ja natürlich die geschnitte fassung insgesamt geht es jetzt 273 minuten und ist strengel mich auf 2000 stück dieser film schockiert irge sinne unerbildlich bis sie nichts mehr fühlen ja ich mache einfach mal auf und dann gucken wir uns das mal an ja da brauchen wir auf jeden fall auf jeden fall die kondome die ziehen wir jetzt gleich mal drüber schön langsam gefühlt es echt ist klar denn das ist nicht wirklich ein sehr glänzendes büro jetzt habe ich schon mal ein problem mit dem handschuh und ich kriege sie ab ja die balle hole ich auch ich kriege sie ab jo so und das steelbook ist natürlich extrem extrem empfindlich future pack und leider hat es auch schon ein paar dellen und ein paar kratze drin aber wie gesagt es ist ein extrem glänzendes future pack wie ihr hier seht und hier an dem sein hat es ein paar dellen aber ist nicht so dramatisch ist auf jeden fall saukool vor das cover motiv müsste glaube ich vom alten teil sein und hier im i spit on your grave collection leider keine bringung dabei und hier am spine hier natürlich die chanee wie man hier sieht i spit on your grave aber das backmotiv finde ich absolut geile sache das schaut so aus sehr cool hammer cool 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 ja und innen drin haben wir ein bisschen werbung noch von carbon fever und legen wir mal weg und dann haben wir hier auch richtig stark kein gestapeltes nein sondern wir haben hier wirklich ein paar zum durchblenden einmal hier eben das schöne cover motiv und team jetzt das ist jetzt das nein ja saugeil hey cool da ist auch der dritte teil dabei entschuldigung hä jetzt bin ich mal kurz ich muss mal ganz kurz gucken also ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen eigentlich steht ja drauf dass auch der alte film von 1978 mit dabei ist aber ich sehe jetzt hier nur die offizielle fort also das ist jetzt der remake dann die fortsetzung an der teil 3 den ich noch nicht gesehen habe aber saukool hier in der ungeschnitten also in der geschnittenen fassung laufe 90 minuten und auch hier ein richtig schönes lustiges backmotiv hier auch echt saustark voll cool und ja jetzt nutzt ihr auf jeden fall auch den dritten teil noch hier sich zu holen und was soll ich sagen ja ein richtig cooles future pack definitiv und auch mit den ganzen drei teilen von der neuen von der neuen technologie saukool herzlichen dank wirklich saugeil also wie gesagt ich mache solche filme also von daher ist es schon perfekt für mich so und jetzt ein freund was soll ich nur dazu sagen ich es gibt jetzt noch eine neue star wars collection von diacostini und ja ich habe mir eigentlich schon okay die kaufen wir jetzt sind wir erstmal für mich keinen einzigen platz mehr dafür und zwar hier die star wars helmsammlung und der gute hat mir ohne scheiß den coolen dars vader hier mit dazu geschickt sau cool wirklich sau sau cool passt natürlich auch perfekt für den raumschiffen wo ich ja schon habe wo ich vom ralf abgekauft habe vom ralf unboxing und ja was soll ich sagen sau coole aktion echt hammer und wirklich ich wollte sie mir ich will die mir echt nicht kaufen ich will die mir echt nicht kaufen ja 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 denn ich bin aber auch schon mit dem hebel liegen ob irgendjemand mir von meinen millennium feigen abkauft aber sau cooles teil ohne scheiß ähm ja was soll ich sagen hammer ha die star wars helm collection du machst mich fertig du machst mich jetzt wirklich fertig nein ich will sie mir nicht kaufen nein ich will sie mir nicht kaufen natürlich hier noch unmenge an weitere werbung noch hier mit sogar mit einer halterung und hier noch dann natürlich dann die Figuren äh hier gibt es noch Premium Figuren noch dazu und dann hier noch die Helmsammlung und dann noch ein bisschen Werbung also Wahnsinn ja was soll ich sagen hier nochmal der coole helm und den kann man eigentlich auch denke ich auch abmachen oder nicht also vorstelle ich mir mal da ist Vader helm aus sau cool und jetzt versuchen wir das mal auf zu machen hm ich will sie nicht gleich kaputt machen ich leise nur lieber zu auf jeden Fall sau cool herzlichsten Dank und ja mal gucken wie jetzt mit dieser Sample weiter geht ich will sie mir echt nicht holen nein 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 so okay das war das Unboxing Video von dem Mystery Paket von meinem lieben Freund dem King Bottles Back dem lieben Dominik nochmal herzlichen Dank für das ganz tolle Geschenk und jetzt holen wir auf jeden Fall definitiv Teil 3 auch in der Unweight Fassung auf der DVD Börse und echt sau cool herzlichen Dank ich kann gar nicht sagen hammer geil und auch für das Engagement für das Gewinnspiel ich niemals erwarte dass es wirklich so ein großer Andrang ist die dann mitmachen echt hammer cool und wirklich vielen herzlichen Dank das Gewinnspiel wird definitiv aufgelöst dann mit deinem ja mit der Lösung hier mal gucken wir mal alles stimmt ja herzlichen Dank wirklich war wahnsinn sau cool ich freue mich wie die Sau und ja jetzt geht es dann mal ran sich die Anwendungsfassung vom dritten Teil zu holen haha ja juhu ja das war es von mir und bis zum nächsten Mal euer V80 tschü mit ü und bieb bau